Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Willkommen an der Sword & Cross Academy. Hey, warte. Du kommst mir irgendwie unheimlich bekannt vor, als ob ich dich von irgendwoher kenne. Wäre das möglich? Nein. Ich glaube nicht, dass das mit der Statue ein Unfall war. Sie braucht unseren Schutz. Ich erinnere mich an das hier. Mein ganzes Leben lang hat man mir erzählt, ich wäre verrückt. Sehen wir mal, ob sie recht haben. Nein! Wie ist das bloß möglich? Wir lieben uns schon seit tausenden von Jahren. Du hast es ihr nicht gesagt? Der Fluch ist meine Strafe. Sie verlieben sich ineinander. Und dann reicht ein einziger Kuss. Und sie ist tot.